Ja, hallo und herzlich willkommen aus der Moderatorenkabine hier. Es ist so spannend. Der Milano gegen die weltfranzösische Session, könnte man meinen. Immer wenn der Gegner E4 zieht, kommt Französisch ans Brett hier und Spanisch. Da drin ist er, der Experte hier. Er will mit ihm den Boden aufwischen. Die wollen es mit ihm machen, spielen seltene Varianten wie E5 hier und solche Sachen. Ja, aber der Milano, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er möchte gerne hier Ersatzteile-Spender bekommen und die spenden, was sie nur können. Dame auf dem Schach, zack, ist die Puppe weg. Und die Gegner haben er besonders motiviert durch die Tatsache, dass der Lippo solche herrlichen Fehler mit noch herrlicheren Applauses honorieren muss. Und hier springe A3, greift die Dame an, hat aber vergessen, dass er flüssig ist. A3 war in der Hand des Feindes des Milano und er freut sich jetzt schon und steppt hier tanzmäßig rum. Und der Gegner hat schon aufgegeben. Die nächste Partie, wie der Französisch, ein Freund des indischen Schachs. Dame F3 und wieder No Capito, Frommse Theorie und E5. Oder bin ich etwa gebrannt, Marc? Schreibt es in die Kommentare. Steht da vielleicht, wenn der Mephisto spielt, zack, Mephisto hier und dann denken die. Was für ein Arschloch. Er spielt mit einem Schachcomputer. Und er lässt den Schachcomputer für sich spielen. Läufer D7 und F4. Und der sieht noch relativ knapp aus. Der indische Schachwohn freut sich. Guckt gerade auf seinen Beutel mit Curry, den er gekauft hat. Für günstig. Und er freut er sich noch mehr. Und jetzt B5. Die Dames angegriffen nicht Dame B3 etwa. Das wäre zu einfach. Er will die Qualität so einkoffern. Gibt sofort auf. Schmeißt die Tüte mit Curry in die Ecke. Sie hat ihn abgelenkt. Kriegt einen Nackenschlag von seiner Mutter. Muss alles wegfegen und in den Müll schmeißen. Dafür kriegt er 100 Jahre Kartaschengeld. Um das finanziell auszugleichen. Dame H5. Das ist so fantastisch hier, was die spielen. Wieder gegen Französisch aus den USA. Da können wir nur singen USA. USA ist es Donald Trump persönlich, der Schach spielen möchte. Und der erste Bauer wird schon weggefeuert. Und es wird aufgegeben. Er hatte keine Zeit mehr. Er hat eingesehen. Schach ist doch schwerer als Mario. Reflexmäßig über Kurse zu Jumpen, Rampen. Und hier Springer F3. Und dann noch hier F6. Es wird immer besser und besser. Wenn er wissen, es so clever wäre und Dame E7 ziehen würde. Mit Dame H5, Schach, G6, Springer schlägt. Dame E4, Schach, Dame G6 schlägt. Was ich schon ein paar Mal gemacht habe. Erfolgreich sogar. Und jetzt Dame E5 schlägt der Turm in der Ecke. Er ist auch wieder verflüssigt. Die werden alle weggedampft. Hier König D1. Aber da gibt man gerne die Ruhada ab. Und D6. Und hier war schon dieses Geräusch zu hören. Nichts gut. Zug von Jazzbase hier. Und jetzt Turm E1. Wieder ist alles im Ofen hier. Die Partien werden so weggefeuert. Der Mephisto kann sein Glück gar nicht begreifen. Der Milano. Der Milano 2 hat übrigens. Oder Milano Pro oder was das ist. Ist wieder so ein Franz-Morsch-Klon. Natürlich mit der specialmäßig verbesserten Digital-Anzeige. Wer will schon Pump-Matrix haben hier. Wo selbst der Name der Eröffnung geschrieben werden kann. Und immer muss hier. Es ist sehr schön einfach hier die Level einzustellen. Einfach Level, Level, Level. Enter. Dann die zweite Stelle verstellen. Enter, Clear. Die zweite Stelle verstellen. Und Clear, Clear. Und man ist eben sehr sportlich. Eben spielt in einer 15-Minuten-Partie. Da muss man nicht irgendwie feste Level einstellen. Ich glaube, das ist auch hier die Turnierbibliothek, die hier gespielt wird. Es war irgendwas, was hier war gewesen. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ich sitze hier nur mit glasigen Augen und glotze auf das Brett hier. Da ist mit Denker nicht mehr viel los. Und Springer H4. Möchte gerne Springer nach F5 drohen. Da geht nach Kansi kaum. Gegen wen spiele ich? Gegen Garry Kasparov oder Annotulikapov. Oder gegen Bobby Fischer, der doch nicht tot ist. Und Läufer nach C8. Springer F5 greift die da. Ja, meine Gegner überlegt, ja, er zieht noch Läufer schlägt und Läufer schlägt. Dieser herrliche Zug, da kommt das später hier. Ja, und jetzt kommt irgendwann E4 schlägt und Sprenger E4 schlägt. Und hier wird überlegt, was das Zeug hält. Was soll ich nur machen, tun und ziehen. Erst überlegt, der Dame muss weg. Dann noch viele andere Varianten. Dann hat er leider vergessen, dass die Dame weg musste. Die wird mit voller Freude weggeschlagen. Der Lipo kann sich natürlich den Applaus nicht verkneifen. Und es wird ihr wieder aufgegeben hier. Sie war flüssig, überflüssig. Ab zur nächsten Partie. Wieder wird der Level eingezwirbelt in dem Milano, was super einfach geht. Ich hätte, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich vielleicht doch lieber den Academy wegen der Holzversion und den Magnetsensoren. Aber es ist nicht schlecht. Ist momentan wieder auf Ebay zum Verkauf für 80 Euro. Und C4. Ich bin eher der Freund der Module, muss ich ehrlich sagen. Und dann Springer, C3, Rochale, Läufer, E2. Und C4 schlägt. Ich weiß nicht, kann sein, dass es wieder Französisch war. Es geht aber weiter und weiter, schneller und schneller. Da hat man nicht die Zeit, die großartig rumzumoderieren. Hier Springer, G4 greift diesen Läufer an. Da wird es versucht, überlastet zu werden. Ja, das ist noch deckbar mit Springer, D1. Und dann kommt die Dame ran hier. Und wen haben wir als Gegner? Den Weltmeister der Endspiele. Ist es der Endspiel-King persönlich? Jetzt Läufer schlägt, Springer schlägt, Dame schlägt, Dame schlägt, Turm schlägt. Und hier sind mir schon alle meine Sünden eingefallen. Totale Überlastung des Bauern. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn los hier? Läufer nach E6 und D5. Ein totaler Burgme-Stupid-Schrottszug. Da hat natürlich hier einiges im Garten gelegen. Ja, und Springer nach C6, der Bauer fällt. Und hier habe ich schon gedacht, das kann doch nicht sein. Wird der Milano ablosen? Er zwar noch den Meerbauern, aber die Stellung ist doch äußerst kritisch. Warum hier nicht einfach nur B4 ziehen? Wäre das nicht gegangen? Hätte das nicht gereicht? C6, der Läufer wird attackiert. Er muss sich erklären hier. Läufer nach E6 und C5. A3 hat der Computer irgendwas hier. Also Chef-Space-mäßig hat er irgendwas gesagt hier. Ist nicht so gut. Keine Ahnung warum. B4 schlägt. B4 schlägt. Es ist ja nicht Stockfisch oder Rübka, der spielt. Es ist ja nur der Milano. Und Turm nach D6. B8 ist abgesichert. Und hier B5. Hier habe ich schon gedacht, was ist denn los hier? Springer nach D8. Greift den Turm an. Er muss reagieren. Nach D7 wird weggetauscht. Und dann kommt hier G5. Die Bauern müssen auf Schwarz postiert werden, weil der Läufer weiß ist. Das ist wohl Remi, die ganze Sache hier. Das würde wohl nur Ulf Andersen noch gewinnen mit Schwarz. Der Held der Endspiele. Jetzt kommt H4, der wirkt getauscht. Und jetzt kommt auch schon die Zugwiederholung. Eine gute Leistung des Österreichers. Ein Remi gegen Milano, der die restlichen Partien alle gegen erlesene Gegner gewonnen hat. Die waren nicht so gut, die Gegner. Aber er hat gewonnen, die Partien. Springer hat C5. Greift den Läufer an. Springer B7. Droht Springer nach D6. Dann wird er aber trotzdem Läufer bei B5 kommen. Aber ich glaube, der Gegner wollte Remi machen. Und er hat sein Remi auch bekommen. Und wieder wird die Position erstmal hier der Level eingegeben. Mit Level, Level, Level. Enter. Zweite Stelle Clear. Zweite Stelle Clear. Und wieder Spanisch. Er ist ein französischer, ein Spanisch-Fan. Und nun kommt hier Springer nach G4. Den hat er sich wohl selber... Ich glaube, der hat ja wohl irgendwie gedacht, H3, H5, G4, G4, Springerweg, Dame, H4. Ende im Gelände. So hat er sich das wohl gedacht. Er wollte eine Kurzpartie zelebrieren, die ich einmal auf so einem indischen Kanal gesehen habe. Aber wenn man da nicht um den Kopf gefallen ist, dann fällt man da auch nicht drauf rein. Und dann läuft er nach F4. Und der Bauer wird, glaube ich, hier... Ich weiß jetzt auch nicht. Nein, D5 hat, glaube ich, gezogen. Hat keinen großen Sinn. Aber egal. Es ist die britische Partie hier. Keine Ahnung. H3. Jetzt wird er doch angegriffen. E4 schlägt. Die Dame wird rausgezwirbelt. Und er hat aufgegeben. Keinen Bock mehr gehabt. Keine Ahnung warum. Weil er auf H3 der Springer auch hängt. Und weiter geht es mit der nächsten Partie. Wieder Level eingeben. Und wieder spanische Partie. Der Milano. Vermutlich auf Turnierbibliothek. Spielt dann immer spanisch. Und Springer F6. Dieses Mal Springer E4 schlägt. Nicht Springer G4. Das Ergebnis wird das gleiche sein. Ja und hier Turm E1 greift diesen F5 schon nicht in der Bibliothek drin. Deswegen wohl nicht so spannend als Zug. Und Springer nach E4 und E4 schlägt. Und dann noch hier der wundervolle Zug A7, A6. Da wird erstmal heftig applaudiert hier und auf C6 reingehauen. Und der Bauer muss zurücknehmen. Läufer G5. Der Läufer, er ist leider weg. Er kann ja hochieren und den Läufer mit Qualitätsverlust noch einstellen. Oder irgendetwas in der Art. Puppe ist weg. Der Gegner ärgert sich ein klein wenig. Deswegen pausiere ich gleich das Video. Vergesse aber wieder Start zu drücken. Und dann, es ist also nicht hier aufs Brett gebeamt worden, die Puppen. Der Lipo, er hat einfach nur nicht Start gedrückt. Aber dafür wird eigentlich eine schöne Kombination hier folgen. Der Gegner schon leicht unter Druck. Wird schon leicht durchmassiert. Ich glaube, es war wieder die spanische Partie. Aber das kann man auch nicht so schwer erraten. Ich glaube, diesmal ein Springer. Ich weiß gar nicht, was genau. Egal. Auf jeden Fall hier eine spannende Partie hier. Die hier zelebriert wird. Springer nach F5. Das ist kein gutes Feld für den Springer, wie sich später zeigen wird. Ja, und hier Läufer A6. Das ist nicht gut gezogen. Springer F7. Chespis hat das ja als guten Zug angesehen. Mit einem, ich weiß auch nicht, Schnalzer, was auch immer. Da mit D3. Das Problem ist, auf F5 fängt noch das Springer einer Kreide. Drei Bauern minus, das ist ein bisschen wenig. Viel Holz mit Drei Bauern gegen Sechs Bauern. Und gleich wird auch schon das Matt auf den Fuß erfolgen. Ich möchte mich schon mal für das Anschauen dieses Videos bedanken. Mit Mephisto Milano ein neues Gerät mal hinzugekommen. Der Mark hat sich den letztes geholt. Ein Drucksensorgerät mit schöner Punktmatrix. Ein Nachfolger vom Polgar oder was. Hat die Stärken von Polgar und M5 zusammen. Ist wohl ein sehr spielstarkes Gerät. Womit ich mich auch schon verabschiede. Ist auf jeden Fall besser als der Milano 2, da wieder diese LCD-Anzeige hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat ein wenig gefallen.